Lieber Wolfgang, du hast ja so wie jedes Jahr von 2. bis 5. Jänner deine Hausmesse. Das wird aber nächstes Jahr, glaube ich, anders. Ja, die Hausmesse, die uns jetzt bevorsteht, von 2. bis 5. Jänner, die haben wir natürlich schon überall plakatiert und unseren Postwurf rausgemacht. Also Werbung ist schon draußen. Werbung ist draußen, aber leider werden wir dieses Mal halt nicht da sehen. Weil wir halt nicht dürfen, aber was nicht heißt, dass wir nicht unser Hausmesse nachholen, das werden wir aber natürlich zu einem frühen Zeitpunkt auch noch machen und werden das bekannt geben. Aber nun weiß man es nicht, wenn man es machen kann, aber das wird dann bekannt geben. So wie alle Österreicher nicht wissen, wo es ist, wissen wir das jetzt auch momentan nicht. Kennt ja keiner aus. Aber wie sagt der Paulchen Panther so schön, wir kommen wieder, keine Frage. Wir werden das nachher auch mit einer richtig bombigen Aktion natürlich wieder machen und gefreut uns schon, wenn uns die Kunden dann wieder besuchen. Derzeit ist es aber natürlich auch möglich, dass wir Online-Termine machen. Also die Kunden können bei uns Online-Anfragen. Termine ausmachen. Termine ausmachen. Und wir machen sie dann mit dem Kunden dann einen Zeitpunkt aus. Okay. Also was fix ist, ist die Hausmesse bei Carlos Cook.